herzlich willkommen zur datenschmutz linkedin show nummer 8 worum geht es in dieser ausgabe linkedin hat diese woche angekündigt dass der algorithmus gravierend überarbeitet wird was das für uns und vor allem fürs marketing bedeuten wird damit beschäftigen uns in dieser ausgabe komoderator ventilator er vertritt aus gegebenem anlass in dieser woche komoderator boxsack außerdem haben wir einen wunderbar lesenswerten artikel der woche vom großartigen grund natürlich und natürlich auch mit dabei die status updates der woche die linkedin show wird im juli und august sommerpause machen es gibt vielleicht das eine oder andere special ansonsten sehen wir uns im september wieder aber damit gleich zum ersten thema dieser ausgabe die änderungen des algorithmus was bedeutet das konkret nun linkedin hat in den letzten monaten und jahren einen gravierenden anstieg an aktivität festgestellt mehr interaktionen im feed mehr nutzer die die plattform verwenden was natürlich grundsätzlich eine sehr gute sache ist aber die datenanalysten und gerade bei der big data analyse ist linkedin ja ganz hervorragend die haben eben festgestellt dass immer mehr status updates von immer weniger nutzern kommen sprich dass also der großteil der viralen inhalte von einer kleinen gruppe von etwa ein prozent der linkedin nutzer gepostet wird das möchte linkedin mit dem neuen algorithmus nun wieder ändern ganz konkret soll der mehr in die nische hineingehen und dem auch wieder mehr oder stärker personalisierte inhalte bringen wenn man sich den linkedin algorithmus ansieht beziehungsweise diese feed selection da gibt es zwei verschiedene stufen wir haben ja einerseits artikel job angebote news aktivitäten von hashtags denen erfolgt und den follow feed also all die inhalte von benutzern mit denen man entweder verbunden ist oder denen erfolgt von brands von unternehmensseiten ich von hier kommen 90 prozent der feed inhalte und die werden hier durch ein zweistufiges filtersystem geführt sozusagen in der ersten stufe gibt es eine vorauswahl und hier in der zweiten stufe die stärker personalisiert ist wird dann die endgültige priorisierung vorgenommen und entschieden was dann der nutzer letztendlich am desktop oder auf seinem mobilen feed eben zu sehen bekommt hier im original beitrag von linkedin der sehr genau erklärt wie der feed funktioniert findet man auch die erwähnte grafik für uns marketer allerdings fast noch spannender ist ein zweiter blog beitrag der zeitgleich erschienen ist ebenfalls am 25 juni nämlich von piet davis bei linkedin zuständig für das consumer product und herr davis beschreibt in seinem beitrag wie sich dafür zusammensetzt was die grundlegenden ansätze waren aber das spannendste teil sind hier vier tipps der uns gibt und zwar hier im bereich tipps und best practices und dass die möchte ich nur noch etwas genauer eingehen der erste tipp von herr davis post things that encourage a response for example if you're posting a link express an opinion with it klar eine alte regel für social media marketer inhalte die interaktionen produzieren oder provozieren funktionieren besser das ist auch ein ganz starker fokus des linkedin feeds je mehr interaktionen desto höhere reichweite der zweite tipp von herr davis der lautet use mentions to pull other people you know into a conversation when you think they'll have something valuable to add be thoughtful only mentioned people that you think are likely to respond max five is a good rule of thumb also die sehr sehr mächtige erwähnungsfunktion das mit der fünfer regel er schreibt er auch selber das ist eine rule of thumb das ist nicht im stein gemeißelt wenn sie beispielsweise ein gruppen foto von einem event posten wo zehn personen drauf sind mit denen sie bekannt sind können das natürlich auch ohne weiteres mehrere sind die gedeckt werden think about using the best type of post for the topic despite the rumors the algorithm does not favor any particular format we have video images multi images text and long form articles more on the way zwei sehr interessante informationen also in dieser aussage einerseits es spielt keine rolle nicht erwähnt das muss man schon dazu sagen sind in dieser aufzählung link postings die normalerweise nicht ganz so große verbreitung erreichen aber ansonsten ist es hier laut der aussage von herr davis egal ob ihr texte fotos fotogalerien posten es kommt eben nur darauf an wie attraktiv der inhalt ist zweiter interessanter punkt more on the way linkedin plant also offenbar neue zusätzliche content formate oder multimedia formate für den feed der abschließende tipp von herr davis engage in der conversation respond to commenters and encourage back and forth auch ein ganz wichtiger punkt man postet jemand reagiert darauf ganz ganz wichtig selber zu antworten weil das natürlich die diskussion dann noch mal zusätzlich in gang bringt beziehungsweise in gang hält was bedeutet das nun also für die tägliche arbeit mit linkedin der feed wird personalisierter es wird nicht mehr darum gehen mit einem großen update sozusagen den jackpot an reichweite zu erreichen für den großteil der publisher nämlich für diese 99 prozent die bisher eher unter repräsentiert worden ist diese änderung im feed eine sehr sehr gute sache und wird dazu führen dass die inhalte die wir sehen auch wieder wesentlich diverser werden und damit kommen wir zum artikel der woche unter dück ehemaliger ibm manager mittlerweile grandioser keynote speaker ich habe ihn selber mal erlebt bei einem auftritt philosoph und autor schreibt betriebsklima ist nicht betriebswetter er beginnt in seinem artikel mit einer metapher oder mit der amerikanischen präsidenten wie man sagt heute ist es eh kalt wir haben keinen klimawechsel sozusagen der unterschied zwischen kurzfristigen und längerfristigen stimmungsaufnahmen und schreibt dann dass es im endeffekt in unternehmen ganz ähnlich ist was das betriebsklima betrifft die status updates der woche beginnen mit einem zweiten vielleicht etwas kleineren linkedin baukenschlag und zwar schreibt jens bolemsky in unserer ome gruppe brandneu und noch sehr exklusiv linkedin bietet newsletter an und zwar funktionieren die so ist haben bisher nur ausgewählte nutzer die möglichkeit die können ihren artikel einen subscribe button unterbringen und wenn dann jemand auf subscribe klickt dann sehen dass hier so sieht dieser button aus dann bekommt er in zukunft immer eine benachrichtigung wenn der betreffende nutzer neue inhalte zu seinem newsletter hinzufügt also hier der unterschied zwischen folgen und newsletter anders als beim folgen feature werden beim newsletter alle abonnenten bei jeder veröffentlichung benachrichtigt maximale reichweite ein feature das natürlich jeder marketer sehr sehr gerne haben möchte ist aber noch nicht bekannt wie schnell das oder ob das überhaupt für alle nutzer ausgerollt wird auf jeden fall ein sehr sehr attraktives tool hätte ich natürlich auch gerne für die linkedin show dann hatten wir ein zweites posting von jens bolemsky worauf ich auch gerne hinweisen möchte google plus ist es schon länger unter der erde sozusagen aber google my business ist nach wie vor super wichtig kann kann kaum ein unternehmen darauf verzichten weil über google my business steuert man ja auch die maps präsenz und seit kurzen kann man sich für die eigene my business adresse eine kurz url einrichten das funktionierte überall first camp first serve also do it die url lautet dann g punkt page also g page slash short name meine my business url finden sie natürlich unter g page slash datenschmutz also holen sie sich ihre adresse bevor es jemand anderer tut bei den videos der woche geht es momentan einfach wirklich nicht ohne augmented reality saurier aber zuerst hier eine schöne animation über die rise and fall der social network sie sehen hier eingeblendet die jahreszahl also 2005 myspace noch ganz weit vorne spiel das ganze mal etwas schneller ab 2007 der rise of youtube dann kommt facebook 2010 2011 facebook an der ersten stelle google pass verschwindet tumblr wird groß und gleich darauf wieder klein instagram 2018 ist dabei widget zu überholen überholt widget sehr schöne animation die zeigt wie diese social network sich im lauf der letzten jahre entwickelt haben dann die angedrohten saurier der putzige kleine kerl hier ist dem eine augmented reality projektion die die felsen sind real marschiert jetzt wieder raus aus seiner höhle im gegensatz zu letzter woche auch mit quellenangabe wer sich dann näher informieren möchte handbild creative ist für diese installation verantwortlich was passiert wenn eine firma externe berater holt nun hoffentlich nicht grundsätzlich sondern nur dann wenn beratungsprojekte schief gehen aber dann kann schon durchaus mal sowas daraus kommen schauen sie sich das an der junge mann will hilfreich sein was ihm in diesem fall nicht wirklich gelingt zuletzt noch ein tipp falls sie ein der rassenförmig angelegtes büro haben oder mehrere stockwerke so könnte man die momentanen hunstage vielleicht auch verbringen heute haben wir den sieben schläfer tag angeblich bleibt das wetter die nächsten sieben wochen so wie es heute war in diesem sinne wünsche ich ihnen einen heißen und entspannten sommer wir sehen uns im september wieder